Heute gucken wir uns den einfachsten Weg an, euer Frontend in einem Docker-Cortainer zu verpacken. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es, wie schon gesagt, um Docker. Und wir werden auch basierend auf meiner Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, habe ich eine kleine Mini-Webseite vorbereitet. Also wirklich einfach nur ein Index-File mehr oder weniger mit einem H1-Überschritt. Also wirklich das kleines Möglichste, was es so gibt. Das werden wir als Basis nutzen, um dann im Prinzip mit einem Docker-File einen Docker-Container zu bauen, um das Ganze dann lokal zu deployen bzw. einen Docker-Container zu starten. Das ist das, was wir heute machen werden und das ist auch das, was dieses Video euch zeigen soll. Das heißt, wie könnt ihr auf den einfachsten Weg einen Docker-Container bauen für euer Frontend? Das Ganze hat natürlich, wie gesagt, viele, 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 viele weitere Schritte. Und das ist wirklich nur die ganz kleine Spitze des Eisbergs von Docker und der ganzen Nutzung, die dahinter hängt quasi. Mit CICD-Pipelines, mit Docker-Compals, falls man mehrere kleine Docker-Container hat und diese ganzen Geschichten. Das alles wird in diesem Video nicht behandelt. Es geht also wirklich nur darum, möglichst einfach Docker für seinen Frontend nutzen zu können. Wenn ihr von einem Kollegen gefragt wird, hey, kannst du deinen Frontend mal jemals Docker-Container deployen? Setz it. Das ist das, was in diesem Video vermittelt werden soll. Es ist kein Docker-Tutorial, Disclaimer direkt von Anfang an. So, falls ihr aber dann noch Fragen oder Probleme habt oder euch mit anderen Austauschen wollt über Docker und eine Videobeschreibung, findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So und los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier schon die docker.com-Webseite. Da müsst ihr auch als erstes draufgehen und euch dort Docker installieren. Diesen Schritt könnt ihr natürlich überspringen und unten in der Videoleiste auf das nächste Kapitel gehen, sofern Docker bei euch schon läuft und ihr das Ganze schon installiert habt. Ansonsten klickt ihr hier auf Get Started und seht hier Docker Desktop. Ihr seht hier auch, dass ihr das für alle Betriebssysteme runterladen und installieren könnt. In dem Moment, wenn ich jetzt hier für mich auf Windows klicke, weil ich gerade auf einer Windows-Maschine bin, kann ich das runterladen. Das habe ich hier schon zweimal getan. Aber ich muss hier einen kleinen Disclaimer loswerden. So leicht, wie sich das anhört, mit mal eben auf eine Echse klicken und installieren, ist es leider nur für Mac und Linux. Diese beiden Betriebssysteme werden ohne Probleme Docker installieren können und alle Einstellungen sind quasi schon fertig, sodass sie einfach loslegen können. Je nachdem, welche Art von Windows ihr habt, ob ihr eine Windows Home Lizenz, eine Professional oder was auch immer für eine Lizenz habt, kann es sein, dass Docker bzw. Virtualisierung bei euch standardmäßig gar nicht möglich ist. Also viel Glück dabei, alles zu installieren und ob das erfolgreich war, können wir kontrollieren, indem ihr die Konsole öffnet. Und hier einfach mal sagt, Docker minus V. Und in dem Moment kriegen wir hier eine Version zurückgegeben, das heißt, Docker wurde erfolgreich installiert. Und der zweite Punkt ist, ihr habt die GUI, also die grafische Nutzeoberfläche von Docker bei euch zu sehen. Die sieht nämlich so aus und hier könnt ihr euch das Ganze dann nämlich ansehen. Wir sehen hier gerade, dass noch keine Images auf meinem Rechner installiert sind. Das liegt natürlich daran, dass ich vorher alles gecleared habe, dass es so aussieht wie bei euch. Und hier sehen wir, dass ich keine Container oder Apps gerade am Laufen habe, was ja auch nicht möglich ist, sofern ich keine Images habe. Wie gesagt, ich bin hier nicht in der tiefen Umgebung von Docker quasi. Das heißt, wir wollen wirklich nur möglichst schnell das Ganze zum Laufen bringen und ein eigenes Image bauen. Grundsätzlich geht es darum, ein Image ist wie ein kleines Programm, eine kleine Version, gekapselte Version eures Tools, was ihr entwickelt, was ihr bereitstellen wollt. Und daraus können wir Container bauen. Das heißt, ein Image ist so etwas wie die Echse und wir können euer Image unendlich oft synchron auf derselben Maschine laufen lassen als unterschiedliche Container. Und das ist einer der wichtigen Punkte von Docker, aber darauf gehe ich jetzt in diesem Tutorial, wie gesagt, überhaupt nicht näher ein. Unser Ziel ist es einfach nur, das hier am Ende mit unserer Webseite eingeben zu können, damit unsere Webseite als Docker-Cortainer läuft. Das ist so erstmal die Docker-Installation. Das nächste, was wir machen, ist, wir gucken uns mal unsere Entwicklungsumgebung an. So, jetzt kommen wir eigentlich zum interessantesten Part dieses Tutorials. Und zwar sehen wir hier meine Visual Studio Code Basic Web-Umgebung, die ist ohne Video-Überschreibung verlinkt. Dort habe ich nicht sonderlich viel gemacht. Ich habe quasi das Einzige, was ich gemacht habe, hier reinzuschreiben, Docker-Website, sonst nichts. Und deswegen schließe ich das auch wieder. Das brauchen wir natürlich alles nicht. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir stellen uns hier ein neues Dokument. Das heißt Punkt, Docker und dann Ignore. Und Docker Ignore hat denselben Zweck wie die Git-Ignore. Deswegen kopieren wir uns den Inhalt auch einfach hier raus und kopieren den hier rein. Und zwar, dass wir bestimmte Directories und Folders und Dokumente und so einfach ignorieren. Und in unserem Fall soll das halt der Node-Modules-Ordner sein. Und das nächste, was wir machen, wir stellen uns ein neues Dokument und das heißt Docker-File. Hier ganz wichtig, das muss groß geschrieben sein. Wenn das klein geschrieben ist, führt das definitiv zu Problemen. Das sollte nicht der Fall sein. Deswegen schreibt es einfach groß. Hier drin gibt es zwei Steps. Das Erste oder der Erste Step ist unser Bildprozess. Das heißt, wir wollen in unserem Docker-File beim Erstellen eines Docker-Images quasi unser Projekt bauen. Das heißt, das, was wir hier in unserem GALB-File als Bild definiert haben, wollen wir hier im Docker quasi ausführen. Und hierzu brauchen wir jetzt als erstes ein Image. Was heißt, in unserem Docker-Container, den wir für unseren Bildprozess, was heißt, wir bauen Docker-Images in einem Docker-Image, brauchen wir ein Image. Und ein Image ist sowas wie eine kleine Version eines Programms und die starten wir mit dem Befehl from und dann Node.12.7-Alpine. Alpine ist quasi einfach nur eine sehr kleine Distribution unseres Node-Containers, den wir nutzen. Und das Ganze wollen wir als Bild-Step definieren. Aber jetzt fragt ihr euch, okay, wie zum Teufel kam der jetzt denn hier drauf? Was, woher kriegen wir denn diesen Wert? Grundsätzlich gehen wir dazu einfach mal auf Docker.com, also hub.docker.com. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das sieht so aus. Und hier geben wir jetzt hier oben einfach Node ein. In unserem Fall sehen wir hier schon Node. Und hier oben, ganz wichtig, ein Official-Image hat auch 10 Millionen Downloads. Was heißt das? Der offizielle Node-Docker-File-Bereich. Und hier sehen wir eine ganze Liste von lustigen Versionen, die ihr fahren oder nutzen könnt. Und ich habe hier einfach die Version 12.7-Alpine genommen, weil das auch die Version ist, die in unserer Version hier als Basis zugrunde liegt. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Versionen hier verwenden. Prinzipiell das nächste, was wir jetzt machen wollen, wir wollen eine Work Directory festlegen. Das heißt, mit welchen Files arbeitet eigentlich unser Docker? Und das ist alles, was hier drin liegt. Deswegen sagen wir direkt das Verzeichnis, was quasi auf der obersten Ebene liegt. Und das nächste, was wir machen, ist, wir kopieren unsere Package.json. Und das machen wir, damit wir diese nur kopieren und als neue Basis nutzen, in dem Moment, wenn sich hier was verändert hat. Sonst würde das nämlich nicht cachen und wir würden jedes Mal das Ganze verändern. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen run npm install und anschließend kopieren wir uns mit copy alles, was sonst noch in diesem Bereich liegt. Ausgenommen natürlich die Sachen, die in unserer Docker Ignore ausgeschlossen sind, das heißt unsere Node-Modules. Und das nächste ist run npm run build. Das heißt, wir starten damit unseren Build-Prozess und wenn ihr beispielsweise Angular oder React oder so etwas nutzt, dann könnte es sein, dass ich hier einen anderen npm einbauen müsste, um euer Projekt zu bauen, um quasi später auf den Distribution-Ordner zugreifen zu können. Und das machen wir jetzt. Und zwar brauchen wir jetzt, nachdem wir hiervon ausgehen, wir haben jetzt unseren Ordner gebaut. Was heißt, wenn ich jetzt einfach mal hier reingehe und einfach mal diesen Befehl ausführe, weil wir haben hier Node-Modules schon installiert, füge ich das einfach mal hier ein. Galb läuft durch, installiert uns jetzt oder baut uns einmal unsere Webseite. Das dauert jetzt kurz. So, damit ist das Ganze fertig, was heißt finished. Und wir sehen jetzt hier oben unseren Distribution-Ordner mit unseren Folders, was heißt JS, CSS und Assets. Assets ist leer. Und das ist soweit fertig. Was heißt, dieser Befehl funktioniert und so kann man das auch gut testen. Was heißt, testet diesen Befehl bei euch einfach lokal mal. Wenn das durchgeht, ist es alles korrekt. So, das nächste, was wir machen, ist, wir müssen natürlich das Ganze auch noch irgendwie zur Verfügung stellen. Was heißt, nachdem unser Build-Prozess abgeschlossen ist, wollen wir das Ganze jetzt ja auch noch in einem eigenen kleinen Web-Server lokal in unserem Docker-Image hosten. Dafür gehen wir jetzt wieder auf unsere Docker-Hub-Seite und gehen hier auf die HTTP-D, was heißt Apache, HTTP-Server-Project-Seite, auch wieder ein offizielles Docker-Image. Und das Ganze wollen wir jetzt nutzen. Hier unten ist dann auch eine Erklärung, wie man das nutzt, nämlich mit diesen beiden Zeilen. Die kopieren wir uns jetzt hier einfach mal, gehen hier rein, machen STRG-V und haben die jetzt hier reingefügt. Wir wollen aber nicht die Plain-Version nutzen, sondern wir nutzen auch hier die Alpine-Version, weil die einfach kleiner ist. Und das hier wird nicht funktionieren. Was heißt, wir müssen, um unseren Alpine, unseren Apache-Server zu nutzen, alles in unseren Web-Server reinpacken. Allerdings, das hier existiert bei uns gar nicht. Das gibt es gar nicht. Und wir wollen nämlich jetzt from gleich Build nutzen. Was heißt, wir beziehen uns jetzt in dem Moment mit dieser Zeile auf unseren Image, unser Node-Image, was als Bild definiert ist und können uns jetzt hier drauf so beziehen und sagen, hier drin haben wir ja unseren Distribution-Ordner. Und den ganzen Inhalt wollen wir jetzt in unseren Web-Server kopieren. Das Ganze speichere ich jetzt ab, öffne unsere Konsole. So, jetzt können wir das Ganze auch noch bauen und dazu sagen wir Docker-Build-T, sagen hier zum Beispiel euer Name. Das ist einfach der Name eures Images und wo das Docker-File liegt. Bei mir liegt das auf der obersten Ebene. Das ist aber nur der Fall, weil ich hier in unserer Konsole schon in meinem Web-Projekt bin quasi. Jetzt drücke ich hier einfach auf Enter. Beziehungsweise es funktioniert nicht, ich muss auch das auswählen. So, ich drücke jetzt einfach auf Enter und jetzt läuft der Bild-Prozess durch. Das geht bei mir sehr schnell, weil ich das schon gemacht habe und der sich die ganzen Images, die er nutzt, wie zum Beispiel hier das Apache-Image und das Node-Image und sowas schon gezogen hat. Sofern ihr hier andere Images nutzt, sehr große Images beispielsweise, kann das auch locker mal ein, zwei Minuten dauern, bis das durchgelaufen ist. Allerdings wird das immer schneller, umso öfter ihr das macht, sofern ihr nicht groß etwas verändert. So, nachdem wir jetzt unseren Docker-Container gebaut haben, können wir das Ganze mit Docker-Images auch kontrollieren. Jetzt wird hier nämlich aufgelistet. Wir haben jetzt hier ein Image auf unserem System installiert mit euer Name. Das taucht genauso gut hier in der App quasi auf unter euer Name. Und wir können auch hier kontrollieren mit Docker-PS, ob gerade ein Container läuft. Aktuell läuft noch kein Container. Und zwar müssen wir das jetzt ändern und sagen Docker-Run. Und hier sagen wir Doppel-, also Minus-Minus-Name. Wir nennen unseren Container, den wir jetzt hochfahren wollen, einfach Test, sagen hier DEP, Port 80 zu Port 80. Wir wollen das Image euer Name im Latest nutzen und drücken jetzt hier auf Enter. In dem Moment fährt jetzt der Container hoch. Und wenn ich hier eingebe Docker-PS, sehen wir jetzt auch, okay, wir haben jetzt einen Container, der ist hochgefahren. Und wenn ich jetzt im Browser bin und hier auf Local Host zugreife, sehen wir, unser Web-Server funktioniert. Was heißt, dass ihr jetzt in der Lage seid, mit eurem Wissen quasi Docker-Container zu erstellen und zu deployen? Was heißt, ihr könnt jetzt Docker-Container bei euch lokal hochfahren? Das ist allerdings nicht alles, wozu Docker genutzt werden kann. Und ein wichtiger Teil fehlt einfach noch. Und das schauen wir uns jetzt an. So, eine der wichtigsten Kernfunktionen von Docker ist quasi nicht nur das einfache Hochfahren und Angucken und Nutzen von dem Container lokal, sondern das Ganze zu teilen mit anderen. Und dazu braucht man so etwas wie eine Registry. Dasselbe hat exakt dieselbe Funktionalität wie GitHub eigentlich oder ein Git-System, dass man quasi mit anderen ein Image teilen kann. Und in unserem Fall habe ich jetzt hier Docker-Images unser erstelltes Image gelöscht. Was heißt, das habe ich entfernt einfach über die GUI. Und wir wollen jetzt nämlich ein neues Image gleich bauen. Und hierzu müssen wir aber als erstes ein Repository anlegen. Ich habe mich jetzt hier einfach mal bei Docker-Hub angemeldet. Egal, wo ihr das hostet, ob ihr das lokal irgendwo habt, ihr habt den Firmen irgendwo habt, ihr habt immer ein Registry und das sieht immer gleich aus. Deswegen klicken wir jetzt hier mal auf Regate-Repository und ich sage jetzt hier, wir wollen ein Docker-Image mit dem Namen Test erstellen unter meinem Namen, also an Leash-Design und an Test. Das Ganze ist jetzt mal Public. Ich lösche das eh gleich wieder. Das heißt, jeder, der hier was gegenpushen möchte, das wird nicht funktionieren. Wir stellen das Ganze jetzt und in dem Moment, wenn das fertig ist, sehen wir, wir haben jetzt ein Leash-Design und Test. Und wir können jetzt Docker-Push etwas oder dieses Image quasi an unser Repository schicken. Das Ganze müssen wir uns jetzt hier einfach mal kopieren. Beziehungsweise wir kopieren uns nur diesen Bereich hier und gehen jetzt in unsere Umgebung und sagen hier wieder Docker-Bild und sagen hier, wir wollen jetzt ein neues Bild bauen. In unserem Fall mit dem Namen Anleash-Design slash Test und hier sagen wir jetzt einfach mal Latest und Punkt. Das Ganze bauen wir jetzt einfach einmal. In dem Fall läuft das jetzt wieder durch und wenn wir hier eingeben Docker-Images, sehen wir jetzt, wir haben das korrekte Image, also Anleash-Design slash Test gebaut mit dem Tag Latest. Wir können jetzt auch einfach mal zur Veranschaulichung das Ganze nochmal bauen, allerdings nicht mit Latest, sondern Version 1.0.0. Okay, bauen wir jetzt auch einmal durch und jetzt haben wir eine zweite Version gebaut. Das heißt, wenn ich jetzt sage Docker-Images, sehen wir, wir haben einmal von demselben Image eine Version 1.0 und einmal eine Version Latest. Das ist eigentlich ganz gut und funktioniert jetzt auch schon ganz, ganz schön. Und jetzt können wir hingehen und sagen, wir wollen das Ganze pushen. Das heißt, wir sagen, okay, das hier, Docker-Push-Unleash-Design-Test und sagen jetzt Latest. Und wenn wir jetzt das Ganze abschicken, wird etwas passieren und zwar fängt er an, das Ganze hochzuladen. Das heißt, er bereitet sich darauf vor und wenn alles funktioniert, lädt er das jetzt hoch. Oder es könnte passieren, dass ich mich erst noch einloggen muss, was ich ehrlich gesagt eigentlich vermute, dass das passiert. So, in dem Moment ist das Ganze fertig durchgelaufen. Ich musste mich wohl doch nicht einloggen. So, wenn das Ganze funktioniert hat, dann seht ihr hier quasi einfach Anleash-Design-Test, updated 3 minutes ago. Und dann, wenn wir hier auf Text gehen, sehen wir auch, okay, es gibt hier ein Latest. Wir sehen, dass das Ganze von wem das hochgeladen wurde, in diesem Fall von mir. Und wir könnten jetzt einfach hier Doppelpunkt bzw. hier einfach kopieren, das Ganze in der Konsole einfügen und unseren Container irgendwo, wo Docker installiert ist, wieder nutzen. Was heißt beispielsweise auf einem Server, auf einem anderen PC, bei einem Kollegen. Was heißt, so könnt ihr komplexe Anwendungen miteinander teilen, ohne dass ihr viel Einstellungen treffen müsst oder der muss irgendwas vorher installieren oder so in der Richtung. Wenn ihr Interesse habt an tieferen Docker-Tutorials, also so etwas wie Docker-Compose oder mit Variablen noch, dass wir da irgendwie mit Environment-Variablen bestimmte Punkte verändern können und solche Geschichten, dann schreibt das mal in die Videokommentare. Das ist wirklich nur so ein kleiner Quick-Dive gewesen. Wenn das Ganze, wie gesagt, ein bisschen komplexer werden soll, kann man das theoretisch unendlich in die Tiefe ziehen, um das Ganze einfach noch flexibler und einfach besser zu gestalten. Aber so seid ihr in der Lage, ziemlich einfach einen richtig coolen Docker-Container hochzufahren und das Ganze überall in Produktion zu nutzen. So, das war's für diese Woche. Weil euch das Video gefallen hat und ihr jetzt viel Neues über Docker erfahren wollt, dann bleibt doch einfach dran und unterlasst diesem Video einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder so etwas habt und eine Videobeschreibung, wie immer jede Menge Social-Netzwerke oder Affiliate-Partner-Seiten, wo ihr diesen schnell supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß.